So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und ihr wisst das, ich habe gestern Abend ja bereits darüber berichtet, dass der Anbieter Stromio quasi in die Knie gegangen ist und gesagt hat, nö, wir können im aktuellen Markt, in der aktuellen Situation das nicht mehr gewährleisten und canceln jetzt die Stromlieferung. Klar, man ist in Deutschland natürlich auch gesetzlich toll auf der sicheren Seite, wird natürlich nicht einen Stromausfall erleiden, sofern hier kein Blackout besteht, also man fällt dann, sofern der Lieferant des Stromes pleite ist und ich finde dieses Discounter-Prinzip sowieso sehr pervers, warum dürfen denn sich die Discounter dazwischen schalten, die irgendwo den Strom einkaufen, dann verkaufen und da irgendwie noch eine Marge dran haben? Warum darf nicht nur der Erzeuger, also der Hersteller des Stroms in Anführungsstrichen, wirklich auch der Verkäufer dessen sein? Wir haben eine ganz interessante Diskussion, die wir in den Kommentaren führen können und man sieht es ja jetzt hier, ohne Vorrang Stromio stoppt Stromlieferung, steigende Energiepreise, Krise der Billiganbieter, nächster Energiediscounter, Stromio gibt auf und meiner Meinung nach die restlichen, die wir noch haben, werden hier ähnliche Szenarien bald darstellen. So und ich sagte ja gerade, man ist natürlich rechtlich auf der sicheren Seite, dass man in dieses Grundversorger-Prinzip fällt. Die Frage ist dann nur, wie hoch ist denn der Betrag, den man bezahlen muss in diese Grundversorgung, weil man hat natürlich nicht ohne Grund sich so einen schönen Discounter oder ähnliches ausgesucht, ich selber war ja auch mal bei so einem Discounter-Kunde und zum Glück bin ich das in der aktuellen Situation nicht mehr, so dass ich jetzt hier nicht das Problem mit der Grundversorgung habe und da haben mir zwei Abonnenten was zugeschickt. Einmal dieses Dokument hier von den Stadtwerken Konstanz ist das und wenn man jetzt hier betroffen ist, man sieht das nämlich hier ganz klar, See, Energie, Ökostrom, Basis 2, bla bla bla, gültig vom 22. Dezember bis 31. Dezember. Also ganz klar auch orientiert an die Kunden, die jetzt gerade hier von nämlich betroffen sind und dann liegt der Grundpreis hier pro Jahr bei satten 120 Euro und der Arbeitspreis, der scheppert wirklich rein. Das kannst du dir nicht ausdenken. 75 Euro Cent pro Kilowattstunde Strom. Leute, also ich dachte, ich hätte alles gesehen, ich dachte, ich hätte schon wirklich teure Dinger gesehen, aber das hier ist wirklich der absolute Knaller. Und je nachdem, was man für einen Preis hatte, ich hatte bei Stromio damals, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, um die 25, 28 Cent, Leute, das ist einfach mal eine dreifache Steigerung. Das ist 300 Prozent mehr als vorher, je nachdem, was man für einen Tarif halt vorher hatte. Das ist heftig. Wie soll man das bezahlen? Und das Problem ist ja aktuell, wenn man auf die zahlreichen Webseiten drauf geht, dann wird angegeben, nö, keinen Neuvertrag können wir Ihnen momentan aktuell nicht anbieten. Man hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt noch kurzfristig irgendwie einen anderen Anbieter zu finden. Mal gucken, wie viele Monate die Betroffenen jetzt hier mit dieser Situation umgehen müssen. Das ist es doch. Wer soll das denn bezahlen, wenn du eine monatliche Stromkosten von, ich sag mal, 80 Euro um den Dreh hast, je nachdem, wie viele Personen auch im Haushalt sind? Willst du einfach mal das Dreifache bezahlen? Anstatt 80 Euro? 240 Euro? Ja, Prost Mahlzeit. Dann noch ein anderer Abonnent hat mir Insider-Massie-Press geschickt. Das zeige ich jetzt erstmal nicht. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt. Das bezieht sich nämlich hier auf die Stadt Dortmund. Und die geben das nämlich auch schon ziemlich heftig hier an. Hier kann man sogar noch einen neuen Tarif hier abschließen für zwei Monate. Nämlich bei DEW 21. 118 Euro Grundpreis pro Monat. 49,7 Cent pro Kilowattstunde. Leute, das ist ein Jahresgrundpreis von 180 Euro bei 2500 Kilowattstunden pro Jahr. Wer soll das bezahlen? Jetzt mal im Ernst. Wer soll das denn bezahlen? Das ist ja gar nicht umsetzbar. Also mir graut es davor, was hier einfach geht. 118 Euro monatlich. Leute, also ganz ehrlich, hier sehe ich ganz klar, unsere Regierung in Verantwortung dafür eine Lösung kurzfristig zu finden. Für Strom, für Gas, für Benzin und alle anderen Energiesorten, die wir denn einfach in diesem Land hier benötigen. Öl natürlich genauso. Es ist einfach der Knaller. Es ist einfach zu krass, was hier abgeht. Und das sind die zarten Anfänge. Die ganz, ganz zarten Anfänge. Es wird nur noch schlimmer, glaube ich. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.